Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute schwimmen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Roblox. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum bin ich schon in einem Game drin? Und warum habe ich hier schon Sachen gebaut? Leute, mir ist ein Fehler passiert, denn ich habe ein Video aufgenommen oder meine Stimme. Also ich hatte die ganze Zeit mein Dingens aus. Mein Mikrofon aus. Ja, und jetzt kann ich alles nochmal neu aufnehmen. Egal Leute, jetzt haben wir einfach praktisch, ich habe praktisch schon vorgearbeitet. Ja, ein bisschen blöd jetzt. Also was habe ich gebaut? Ich habe hier ein Parkplatz gebaut. Was ist das Spiel überhaupt? Das Spiel ist ein Brückenspiel. Man kann hier also man kann hier Brücken bauen. Ja, man kann aber auch mal irgendwie einen Shop und eine Tankstelle bauen. Warum auch immer. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier gerade ein Parkplatz gebaut. Einen Shop hier, der größer gemacht wurde. Und eine Tankstelle. Ja, das ist so das, was ich gerade die ganze Zeit gemacht habe und gelabert habe, ohne dass ihr es gehört habt. So, was ich aber eigentlich machen wollte, ist warten, bis ich hier die 5.000. Leute, ich habe fast die 5.000, aber ich habe jetzt keinen Bock, noch so ewig zu warten. Deswegen mache ich jetzt einfach das Video an und warte mit euch zusammen. Aber ich habe auch tatsächlich keine Zeit, so lange hier irgendwas zu drehen. Weswegen ich jetzt hier auch ein bisschen das einfach nebenbei laufen lasse. Leute, ich hoffe, ihr wisst, was ich damit wein. Give me the 5.000. Danke. So, jetzt habe ich den nämlich gekauft. Und was mich viel... Ja, 10.000 ist das nächste. Was steht hier? Ich glaube, der hängt hier ein bisschen in den Dings fest. Stark. Okay. Ich würde sagen, als nächstes graden wir den Shop einmal mal wieder ab. Boah, ich bin fast ins Wasser gefallen. Ja, doch. Den Shop als nächstes würde ich sagen. Give me the money. Give me the money. 112 Dollar. Das ist lecker. Ich brauche doch nur 1.500. Die geben mir jetzt alle 112 Dollar. Das ist geil. Also, ich glaube, man kommt hier bis zur 1 oder 0. Und dann hat man hier praktisch das ganze Ding fertig gebaut. So denke ich mir das. Weil es macht sonst absolut keinen Sinn. Ich mache das jetzt mal kurz selber, weil dann geht es schneller. 112. So, noch ein bisschen. Okay, so. Create ich mal wieder meinen Shop ab. Nachbars Shop. Was verändert sich denn jetzt hier? Ach, da geht es einfach noch weiter. Okay. Ah, ich habe es verstanden. Kann ich jetzt kaufen? Wow, zwei weiter Regale. Was? Okay. Sag mal, was ist hier eigentlich mit der Tankstelle? Benutzt hier eigentlich irgendjemand? Gucken wir mal kurz. Nö, der ist jetzt durchgefahren. Was mit dem Kollegen? Ne, er ist auch durchgefahren. Ach, keine Ahnung, ob die irgendjemand benutzt. Ist er gerade einfach da durchgefahren? Ach ne, er hat sich hier reingestellt, um was zu kaufen. Auf. Okay, also wie viel brauchen wir? Ach so, ich weiß, was das ist. Das sind diese Dinger hier. Parkplatz für 2,5. Was ist das hier? Im Zug? Okay. Verstehe ich nicht. Gut, muss ich auch nicht verstehen, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich bin gerade echt traurig. Ich habe das Video extra aufgenommen mit allem drum und dran. Und jetzt ist einfach meine Stimme weg. Naja, gut, kann man halt nichts machen, ne? Oha, ich habe 3.500 gekriegt. Ich kaufe mir den Parkplatz. Nachbar-Parkplatz. Okay, so. Der kostet jetzt auch 10.000. Okay, dann kaufen wir jetzt hier unten mal den, das Boot. Ruderboot. Yo, 7,5 Millionen. Alles klar. Der kostet sogar 25.000. Was macht das Ding denn mir jetzt? Weiß ich auch nicht. Egal. Okay, so. Als nächstes kaufe ich dann das Haus da, weil das kostet 6.000, ne? Ja. Weil die kosten ja alle 10.000, 10.000, 25.000 und 10.000. Da hinten könnte ich was kaufen. Kleines Holzschild. Brauche ich aber nicht. Deswegen kaufe ich mir gleich dieses Haus da für 6.000. Ja. Mach ich auf jeden Fall. Na, die kommen jetzt auch schon geilere Autos. Aber warum gehen die denn alle nicht tanken? Hat doch er geht tanken jetzt, oder? Ne, er ist weitergefahren. Maut wurde nicht gezahlt. Die benutzen alle meine Tankstelle nicht. Komm, du gehst tanken. Der geht aber nicht tanken. 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 Fahrt jetzt endlich tanken. Mann, die fahren ja alle an meiner kack Tankstelle vorbei. Na, ist doch kacke. Okay, so. Wir haben jetzt gleich die Tankstelle überlassen. Die Tankstelle ist zu klein. Jetzt ist sie auf einmal überlastet, ne? Ja, natürlich. Gerade hat die kein Mensch benutzt und jetzt auf einmal. Wo läuft der hin? Der hängt ja auch immer in den Boden, Alter. Gut, wir brauchen noch genau 300 Dollar. Komm, jetzt gib mir diese scheiß 300 Dollar. Ich will hier nochmal endlich ein Haus kaufen. Warum bin ich eigentlich so müde? Ich will ein Haus. Ich will ein Haus. Gib mir ein Haus. Ich will ein Haus. Speed Limit 75. Ja, ich glaube die fahren sogar ein bisschen langsamer. So, endlich. Wohnwagen. Das ist doch kein Haus. Das ist ein Haus, ja. Was ist das Teuerste? Ja, okay. Warum nicht? Hier können wahrscheinlich Leute wohnen, oder? Oder wohn ich da drin? Testen. Nein, ich will hier nichts kaufen. Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, was man damit macht. Das ist mir aber auch egal. Wir gehen jetzt mal kurz nach da hinten. Kaufen uns hier mal kurz so ein komisches Schild. Kann hier gar nicht reinfallen. Okay. Mein Boot, der steht da immer noch. 350.000 und 5. Ja. Geht angerufen. So Leute, ich bin wieder da. Und ich komme jetzt einfach das hier. So, zack. Bamm. Wow. Jetzt haben wir Warte Zeit 3. Geschwindigkeit 14. Interessant. So. Okay, okay, okay. Ja. Leute, ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier noch so großartig machen kann. Außer die ganze Zeit hier rum zu warten. Deswegen ich jetzt sagen würde. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Liken, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Dialog vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ab und drum auf den Tag. V3Node, euer Sandro. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.